Was wird das? Ich glaube ich gehe wieder hoch, ich habe keinen Bock mehr. Wie viel Dias hast du? Vier. Okay, warte, dann lass gleich. Zu mir kommen. Au, ich bin auf die Fresse gefallen, das tat so. Genau wie in deiner Kindheit. Bam! Nee, da warst du es auch nicht. Verdammt. Äh, du wirst lachen. Ich habe früher immer mit dem Gesicht gebremst. Das erklärt eine jetzige... Das erklärt einiges. Sehr viel. Warte, Kali. Du stinkst. Dann komm. Komm. Das Red Star. Nimm deinen Fiat. Hey, jetzt gehst du zu weit, ne? Zweideutig! Jetzt gehst du zu weit. Ja, es logiert meine Waren, hallo. Wenn du jetzt schon über Autos hier anfängst, hier zu lästern und Can da mit reinziehst, also da muss ich auch mit reingreifen. Jungs, es gibt Wichtigeres als Autos. Schinken. Ja. Bitches. Schinken. Schinken. Schinken und Speck forever. Hinter dem Kochschinken. Hinter dem Kochschinken. Ich bin immer hinter dem Kochschinken her. Ich weiß aber, Kalle ist heute irgendwie leicht zu belachen, also dass er halt lacht halt irgendwie so. Hey, wie nennt man das eigentlich, wenn man da jemanden leicht zum Lachen bringt? Warum werfst du mir Steine in die Fresse? Dumm. Okay, so hast du es natürlich auch gut gemacht. Nils hat das Niveau heute mit Löffeln gefressen, bitte entschuldigt das. Ich esse mit, ich esse mit. Schmeckt voll lecker. Schmeckt nach Hühnchen und nach Hühnchen und nach Hühnchen und nach Krampf. Wie wär das nochmal mit dem Bienchen und dem Blümchen? Alex, dein Kampf? Ja, mein Kampf gegen das Niveau. Ah, Krampf. Mein Kampf, mein Kampf und mein Krampf. Mein Krampf. Du bist so ein Arsch. Mein Krampf. Du tanzt jetzt alle den Krampf. Das ist mega bekannt. Das ist mein Krampf, das ist mega bekannt. So Neger? Mega. 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 Entschuldigung. Boah. Es hat hier euch jemals schon wieder die N-Bombe getroppt, ey. Es geht ja gar nicht mit der Weile. Never say never. Die N-Bombe ist aber nigger. Jetzt hat er die J-Bombe getroppt. Das musstest du natürlich doch mal korrigieren, ne? Ja, musste ich. Der Richtigkeit halber. Alter, wir haben so scheiße viel Redstone ohne Witz. Wenn jemand Redstone braucht, gerne. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Ich habe selber viel. Ja, wenn du mir ein Party hast, gehst du gerne. Nee, Nils kriegt aber nicht. Nils kriegt aber nicht. Ich habe genug Redstone. Ich gehe nicht farm. Ich gehe nicht farm. Ich bin Bauarbeiter. Du bist Opfer. Achso. Du bist Bauarbeiter und gehst anschaffen. Ich bin Bauarbeiter. Du bist Opfer. Ja, bei deiner Mutter. Ich bin Bauarbeiter. Du bist Opfer. Es hat schon ein bisschen was von... Ich Bauarbeiter. Du nix. Von Sklaverei. Von Sklaverei. Von Sklaverei. Sklaverei. Oh, Leute. Kennt ihr Ahmed? Ja. Der Death Terrorist. Ahmet, nee. Das wurde aber auch. Der die ganze Telefonscherze macht. Dann will ich ihn nicht kennen. Das ist so witzig. Hahaha. Ich muss lachen. Lol. Komm, wir gehen jetzt zu Niko. Zu Niko? Hm? Niko den... Niko? Nein, nein. Warte, warte, warte. Ich wollte noch den Stein holen. Niko den... Niko den... Naja. Denkt euch den Rest. Niko der N... Mich macht das schon jetzt auch, dass ihr darüber lacht. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich muss springen. Niko der Nigger. Entschuldigung, aber... Zum Glück hatte das... Zum Glück hatte das noch niemand. Niemand gerade vorhin gemerkt. Ja. Ich weiß. Aber... Das ist so schlecht. Komm, wollen wir das festhalten oder nicht? Ich konnte nicht schlecht. Nee, das wollen wir allein kommen. Okay, halt mal fest. Halt mal fest. Alter Scheiße. Ich bin grad am Fressen und hab mich grad verschluckt. Irgendwann so. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Hier in Minecraft. Ich hab... Ich hab mich runter gegraben, um mir wieder rauszukommen. Niko der... Oh! Yeah! Ich wurde gek... Zitiert! Yes! Oh man Leute. Ich wurde zitiert! Jeder braucht mehr Erfolge im Leben, Alex. Jeder braucht mehr Erfolge im Leben, Alex. Ich bin endlich erwachsen! Jeder braucht mehr Erfolge im Leben, Alex. Als zu Minecraft, wenn du Brot wachst. Ich bin ein Cheatman-Catch. Alex, äh... Can, was machst du noch? So, ich bin jetzt echt mal gespannt, wo ich rauskomm. Ich komm ja jetzt. Chill. Beruhig dich, Dicke, beruhig dich. Kauf dich Beruhigungsgranate. So, wo bin ich hier? Ah, du ähm... Du bist womöglich jetzt wieder an einem anderen Punkt. Ah! Guck, ich bin vor Alex. Ich bin vor Alex Bull. Nils Genius. G-Nils. 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 Alex, ich schau mal bei dir vorbei, wie es bei dir jetzt aussieht. Ich würde es zitieren, aber ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll. Sag mal, hast du den Aufgang mit nem scheiß Baum blockiert? Nein. Was? Wo? Einer. Wo ist mein Pferd? Heim. Das steht da rechts um die Ecke. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Creeper. 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 Wo pisst du, Nils? Ja, eigentlich schon. Warum verpisst ich mein Pferd die ganze Zeit? Im Aufgang und kämpfe gegen Spinnen. Spiderman. Nananananananana. Äh, Creeper. Äh, Creepers. Oh Gott. Was hast du denn heute mit deiner Stimme, ey? Die... Wer, ich? Geht immer hin und her so. Äh. Ja. Er hat geraucht. Alex, das sieht aus wie ein Scheißgefängnis. Deine Mutter sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Scheißgefängnis. Äh, kommst du? Ja, ja. Kann ich... Sag mal, du hast hier immer noch den Boden nicht fertig gemacht. Ach, gleich. Gleich. Aber hier unten sieht schon mal recht schick aus. Ach, ich finde Plekky seine Monsterfalle ist so dermaßen hässlich. Ja, aber wirklich. Lass dich mal abreißen. Äh. Lass dich einfach in die Luft sprengen. 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 Ich will meinen TNT dafür nicht verschwenden. Hübsch hübsch, Alex. Hübsch hübsch. So scheiße sieht das aus. Haha. Du brauchst nicht sein, dass ich das Hübschips baue. Ich weiß... Du kannst hier noch aber ein paar coole Sachen machen. Ich habe gerade das Wort Chips rausgehört. Knauze. Ich hab Hunger. Meine Festung, meine Ideen. Dann sieht's halt scheiße aus. Diamanten. Deine Mutter sieht scheiße aus. Ich sag's nochmal. Äh, Nico. Wir gehen übrigens grad zu dir, ne? Ja, wir kommen zu dir. Ihr müsst dann in den Ding reinspringen. In den Ding? Ne, wir gehen da nicht rein. Den Ding. Wir gehen da nicht rein, Alter. Ich hab keinen Bock, wieder hochzuklettern. Alex wird's gehängt werden. Alter. Mega geil. Zwei Diamant-Dinger nebeneinander. Moment, frag mich gleich nochmal. Warte, warte, warte. Mega geil. Alter. Alter. Hey, hier ist der Can. Hi Can. Die Diabombe gedroppt. Can, willst du gehängt werden? Ne, ne. Nils, das würde ich nicht machen. Ich bin auch mit da. Ja, jetzt habe ich schon Galgen gebaut. Er hat sich schon so gefreut. Boah, Leute. Er hat sich schon so gefreut. Das leckt ja gar nicht bei dir. Das leckt gar nicht, weißt du? So, wenigstens weiß ich, wo ich mein Pferd hin machen kann. Wo? Wenn du das ein Galgen nennst. Ganz ehrlich, du körst dafür gehängt. Gut, dass du ein Galgen gebaut hast. Hä, wo soll ich hier raus? Ach, hier. Denn das hier ist kein Galgen. Das ist ein Zustand. Weil... Du Arschloch! Scheiße! Der ist da reingesprungen! Oh fuck, Zombie! Ein Zombie! Du weißt schon, dass ich grad dir Zeug dabei gehabt hab. Lass mal was mitnehmen. Wenn du reinspringst! Das ist so einer aufs Maul, Alter. Wir kommen jetzt zu dir runter. Ey, wenn du... Scheiße, ja. Nein. Wenn du, wenn du Idiot da reinspringst, ist das nicht meine Schuld. Äh, du hast unter mir das Teil aufgemacht. Nein, hab ich nicht. Wo ist das denn? Ich hab's aufgemacht, aber wenn du rein rennst... Oh fuck! Ja, komm mit. Ich stand drauf, da hast du's aufgemacht. Ja, komm mit. Ja, wo bist du? Ja, komm doch mit. Komm, was du der Endertruhe? Nein, hab ich bei der Endertruhe. Ja, ich weiß noch nicht... Ich weiß noch nicht, wo du bist. Und du weißt... Und du weißt noch was, wo du nicht drauf standest? Komm wieder her, bitte. Ich stand drauf. Ich hab's auf camera, du Spacken! Hier. Hallo. 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 Hör doch mal auf, jetzt das Netz zu bearbeiten. Ja, entschuldigung. Das hat mich grad aufgeregt. Ich hab grad nur lustige Geräusche gehabt. Ich fand das lustig. Was ist passiert? Das war meine Lache. Hhh. Uhhh. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ah, da hinten... Ja, Junge, ich komm ja schon, chill. Boah, Kalle, reg dich nicht immer so auf, ehhah. Hasst du da... Deine... Deine... Also Nils, wie komm ich da unten hin? Hm? Ich will mein Zeug wieder haben. Ja gar nicht, da musst du runterspringen. Alter, what the fuck, Nico. Du hast einfach so ein scheiß Ding gebaut. Ja. Und dann, wie kann man da nicht mal hin? Was geht mit deinem Leben ab? Ist das nicht lustig? Warte, ne krasse Monsterfall. Warte, ich hol's dir wieder. Okay, Nico. Nico, ich bin hinter dir. Oh, ja. Ey, wo komm ich hin, wenn ich hier reinspringe? Äh, da würde ich jetzt nicht reinspringen, da muss ich noch was bauen. Dagmar, hast du mein Zeug aufgenommen? Äh, ja gut, platziert es einmal mal her und ich mach's aus der Ferne kaputt oder soll ich das einsammeln oder wie? Äh, gib mir mein Zeug wieder, dann bring ich dir dein Zeug. Welches ist wertvoller? Meins. Hast du das Eier von mir mitgebracht? Ja, deins ist wertvoller. Ja, tschuldigung, mir war ein Zeug. Also, gib mir mein Zeug her. Ihr habt beide Eier mitgebracht. Kann ich kaputt machen oder habt ihr okay? Ne. Wie viel haben wir insgesamt? Die Deep Bombe, die Deep Bombe gedroppt. Dann nehm ich 5 Prozent, äh, 25 Prozent, 5 Stück. Ja. Läuft. Braucht ihr die Hacke noch oder? Gebe ich dir jetzt wieder. Alles klar. Alex? Wunderbar. Mach schön, wenn wir die Geschäfte zu machen. Dann auch danke euch. Äh, Nico, Nico, darf ich mir die mal angucken? Darf ich mir die auch mal angucken, die. Was denn? Äh, zeig mir mal ein bisschen die Monsterfalle, damit ich die auch mal in meiner Aufnahme habe. Die ist hier. Kommst du hoch zu dem Turm? Ja, scheine auch unten. Auch unten. Die ist noch nicht fertig. Hier kommst du, in der Mitte kommst du hier rein. Obwohl, hier, hier hab ich noch was vergessen, ähm. Ach so, du hast noch gar nicht so viel gemacht. Da muss noch, hier zwei, hier müssen noch zwei Blöcke weg und danach, ähm. Ja, aber das mach ich jetzt am Ende. Nein, fuck, ich wollte dich eigentlich reinwerfen. Das ist so eine Scheißhure. Wie bist du doch wieder rausgekommen, bitte hinterher? Ja, mit Leitern hoch. Ihr bellt euch da gerade, wer da reinfällt. Warte, essen, 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 essen. Okay, hör mal auf. Alter, es sah aus der Entfernung gerade ziemlich lustig aus. Wie kommt man da nochmal hoch? Ich sehe so grüne Einser so fliegen, so. Alex, ich kann dir das Zeug nicht wiederholen. Ich werde von Monstern belagert. Alex? Okay, warte, essen, 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 essen. Alex, du hast insgesamt nur fünf Minuten Zeit, ne? Ich weiß. Meine Rüstung ist fast dauernd. Lass doch Wasser runterfallen. Okay, wir gehen wieder hoch. Wir gehen das nochmal, wir gehen nochmal hoch. Warte, ich hol's dir, ich hol's dir. Moment. Keine Ahnung, irgendwo hier ist eine Ecke. Warum bin ich jetzt hier gespond? Ah ja, okay, ich weiß wo, ich weiß wo. Weil du doch in dein Bett legen musst. Ja, ich lag in meinem Bett. Ah, okay. Wir haben richtig viel Dias gefarmen, die Aufnahme, ne? Alex, da müsste so ein, da müsste so ein, äh, Ding. Ja, ich hab auch Dias gefarmen. Ich glaube, wir haben jetzt paarundvierzig Dias. Da musst du runter. Vierzig? Pfundvierzig. Nice, ich hab 35 plus, äh, keine Ahnung, wie viele noch in der Kiste. Wenn mein Zeug der Zweck ist, du darfst alles neu farmen. Einen Scheiß werde ich tun. Das waren dreiundvierzig... ...tausend Dias. Einen Scheiß wirst du tun? Weißt du was? ...tausend Dias waren das. Dann hast du offiziell jetzt hier einen Überfeind. Da kannst du dir jetzt schon mal sicher gehen, dass ich in jeder Episode dich zumindestens zehnmal töten werde. Oh, dein Ernst, Kalli, weil das ist jetzt so nötig. Ich hab jede Episode 15 Minuten, ich hab eh kein Wichtiges. Hast du ihn druntergehauen? Ich weiß, das ist einfach genug tun für mich. Nein, ich hab dir gerade alle meine Karotten. Du sieben. Ja, das springt einfach mal. Ja, keine Scheiße gelaufen, wa? Das war, äh, so geplant. Ja, ja, das würd ich auch sagen. Ich hole dich, ich komm und hole dich. Du schwimmst eigentlich so schnell, kannst du mir das mal sagen? Ich bin ein Profi. Mit Leertaste. Nee. Gut. Und außerdem, ich hab 35 Level. Ich bin ein Profi, das weißt du doch. Zeig nur noch 5,4 Level. Ich hab meine Schwimmungen geskillt bei Minecraft. Holst du es dir gerade wieder? Ja. Du bist echt langsamer als ich. Äh, Nico? Ja? Ich bitte um die Erlaubnis, Nils vom Server zu bannen für mindestens einen Tag. Nö, warum denn? Weil ich die 36 Level gerade verloren habe. Du musst so behindern, Alter. Das ist im Spielgeschehen passiert, ist doch egal. Alter, du hast fein. Das müsst ihr jetzt halt unter anderem erklären. Gut, dann wird wieder neu farmen. Das verleistert, aber das muss doch einfach sein. Dann musst du halt level farmen, Nils. Ja, jetzt muss ich doch wieder farmen. Und wieder schon wieder. Dann gehst du Quarz abbauen, ist doch nicht mehr. Ich entschuldigen, wenn Alex so blöd ist und da reinspringt. Ich hab's in der Aufnahme, dass ich draufstand. Du standest daneben. Dann hab ich aufgemacht, dann bist du reingerannt. Ich bin dafür, dass wir Nils töten. Ja. Ich auch. Ich auch. Moment. Gib mir mein Zeug wieder. Nö. Weil ich's dir schon längst wiedergegeben hab. Wenn du zu blöd bist, es zu finden, selbst schuld. Ragequid. Boah, wozu ist diese Eierfarm notwendig? Bitte, sag es mir. Ich fand's lustig. Willst du's ernsthaft wissen? Hi, John. Hi. Was ist denn das Problem an der Eierfarm, ne? Lass mal Nils töten. Lass mal Nils töten. Ja, dein Pech. Ihr wollt dich töten? Ich hab aber 15 Tiers dabei. Nils, wo wirst du dann? Sag mal Ahnung. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn? Sag mal Alex, kann's sein, dass Nils in deinem Haus das letzte Mal war? Wahrscheinlich spawnen immer noch in meinem Haus. Lass den mal töten. Warum willst du denn du überhaupt nicht töten? Moment. Ist das denn hier was kaputt? Weil er Alex dazu gebracht hat, dass er runterspringt. Wenn Alex so blöd ist und da reinspringt, ich sag's nochmal, ich hab's nicht aufgenommen, dass ich draufstand. Nein, du standest daneben auf meinem Screen. Beef, 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 beef. Ja, beef. Lass ihn jetzt, äh, lass mal Nils einfach kaputt schlagen. Mein Gott, das ist so langweilig. Ich esse generell nur Karotten. Spaß, mach's halt nicht. Galgen, nur den Galgen. Habt ihr den gehört? Der war mega schlecht. Wer denn? Was denn? Ich esse generell nur Karotten. Der war echt so... Äh, Kalle, du bist echt nicht Spaß. Also Kalle, ey, dein Niveau manchmal, ne? Kalle, bist du nach unten? Ich hab grad mein Scherb. Wo ist mein Feuerzeug? Ihr nehmt das Spiel viel zu ernst. Man kann natürlich nie Spaß machen. Das ist so ätzend. Das ist kein Spaß. Nils ernsthaft, jetzt geh in dein Zimmer und weine.